Wurde hier wirklich ein Geist in einem Museum entdeckt? Hallo zusammen! Ich wollte ja wieder mehr so kleinere Videos für zwischendurch bringen, da müsst ihr mir ja nur sagen, ob ihr da Bock drauf habt und legen wir gleich mal los. Denn ich habe vor kurzem dieses Bild hier entdeckt. Ein Reddit-User besuchte das Texas Fort Wharf Museum für Wissenschaft und Geschichte. Dort gibt es eine Kinderabteilung im Museum, wo er ein Foto seiner Nichte machte. Es sagte aus, zu dem Zeitpunkt des Bildes war dort nichts Ungewöhnliches zu sehen, aber als seine Nichte später das Foto ansah, fragte sie, was das für ein komisches Ding im Hintergrund ist. Erst da bemerkte er diesen Geist oder was auch immer das sein mag. Wenn diese komische alte Frau wirklich da gewesen wäre, wäre sie ihm zu 100% aufgefallen. Dort haben nur Kinder gespielt. Er hat das Foto später noch einem Museumangestellten gezeigt, der meinte, dass ein Sicherheitsmann vor kurzem seltsame Dinge gesehen hatte, wie zum Beispiel Gegenstände, die sich ohne Grund bewegen, ohne dass jemand in der Nähe war. Was mir noch aufgefallen ist, Geisterfotos sind ja meistens sehr verschwommen und fast durchsichtig. Bei diesem Bild sieht es eher so aus, als stand dort wirklich eine Frau. Aber selbst wenn die Frau wirklich dort stand, denke ich nicht, dass sich die Kinder drumherum so normal verhalten. Das wäre schon seltsam, wenn so eine Person dort steht. Aber wer weiß. Ob nun fake oder echt, das Bild sieht einfach gruselig aus und hat sich hoffentlich super geeignet für einen kleinen Grusel zwischendurch. Falls ihr mehr gruselige Bilder sehen wollt, folgt mir auf meiner Instagram-Seite, erster Link in der Videobeschreibung oder einfach Mythenakte auf Instagram suchen. Dort gibt es mehr solche Bilder. Zu manchen Bildern gibt es nämlich einfach zu wenig Informationen für ein Video. Die poste ich dann einfach nur auf Instagram. Würde mich freuen, wenn ihr mir dort folgt und vorbeischaut. Schreibt mir am besten eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr denkt, das ist reingefotoshoppt oder einfach eine alte Frau oder wirklich ein Geist. Bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich hoffe, so ein kleines Gruselvideo für zwischendurch kommt auch gut an. Wenn ja und wenn ihr mehr solche Videos in dieser Richtung sehen wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen hoch, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zu den 5 verstörendsten und unheimlichsten wahren Erlebnissen und rechts gelangt ihr zu den 10 unheimlichsten und verstörendsten Fotos. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. In dem Junior 2é Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020